Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K16 und dem Domination Modus. Es geht als nächstes gegen die Kings. 640 MT-Punkte sollten wir erreichen, wenn wir das Spieler-Pack haben wollen. Ja, den stärksten Spieler der Kings, den haben wir jetzt selber schon am Start, wie wir hier sehen. Dann Cousins gegen Cousins, dann Macklemore gegen Wiggins, rum, tschüss, auf Wiedersehen. Rudy Gay gegen Gris Bosch und tschüss. Dann hier Rondo, der endlich wieder heiß läuft. Und auch hier mit Klay Thompson sind wir ganz klar besser. Auf dem Papier ein klares Ding. Aber im Spiel kann das Ganze natürlich dann auch wieder komplett anders sein. Verwandle in einem Spiel zwölf Sprungwürfe mit einem einzelnen Spieler. 2K Sportler, nehmen wir auf Sacramento. Bereit, Damen und Herren? Bereit? Ja, da achte ich meistens überhaupt nicht drauf. Direkt mal unserer. Okay, so kann man anfangen, so kann man anfangen. Interessant wird natürlich Cousins gegen Cousins unterm Korb. Wird sicher eine interessante Sache. Wir sehen es hier schon, das Duell. und gewinnen das direkt mal für uns. Ah! Over the glass, aber geht nicht rein. So, Rudy Gay. Geht nicht. Unserer. Bam. Rein damit. Schönes Ding. Fünf Punkte. Jumpshot von Rudy Gay. So, und das Duell wird natürlich eine witzige Sache. Wir können natürlich auch probieren, Cousins aus dem Spiel rauszunehmen. Werden wir es clever anstellen. Wer ist das V-Leiter schon mal auf dem Konto? So, Cousins. Wenn er an uns... Oh, ich war grad... Ja, das ist... Glück gehabt. Und Chicago will go the other way with the ball. That's another miss. Already they've missed three out of four to start. Ah, komm. So gut getroffen, ne? So, jetzt gegen Rudy Gay. Raus zu Bosch. Der zu Wiggins. Nochmal zurück. Und der geht nicht. Nochmal unserer. Und Thompson kickst die Wall. Und rein damit. Schönes Ding. Offensiv. Rebound-Maschinen heute, oder wie? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Dranbleiben, dranbleiben. Und da kommt der Block. Cousins gegen Cousins. Und... Es läuft so optimal. Es läuft so optimal. War mir klar. Zu Wall. Oh mein Gott, was? Ein... Schlechter... Pass. Wird nichts. Zeig ich doch. Ey, perfekt getroffen. Und er geht nicht rein. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Jawoll. 3 von 5 habe ich schon. Also mit Thompson könnte ich es probieren. Diese Sonderaufgabe. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Der war natürlich bitter. Oh, yes. Nächstes Foul. Postmove. Punkte erzielt. Der geht zwar nicht rein, aber das ist egal. Dadurch, dass der Wurf noch reingegangen ist. Und zweites Foul für Cousins. Und so kann es weitergehen. Ach, komm. Es kommt doch eh... Ich wollte krass sagen. Also jetzt langsam. Referee. 5,5 Sekunden frei vorbei. So, Love. Der wird gleich mal gedoppelt. Schön gespielt. Schön gespielt. So, dranbleiben. Jetzt kommt wieder hier Pick'n'Roll. Das kannst du gleich vergessen. Komm schon. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Sag ich doch. Ja, wie lange die... Immer beraufen, ne? Das ist ja schon kriminell. Oh, yes. Bam. Also Zerstörung. Schon im ersten Viertel, ne? Auch MT-Punkte mäßig. Komm, dranbleiben, Love. Dranbleiben. Das wird nichts. Ach, nein. Gut für die Baskin. Starten auf, 1 für 1 mit dem Schuss. Rebounding wird das Fokalpunkt für sie in diesem Fall, Freunde. Ich kann es fühlen. Es ist immer so, und es hat so weit gemacht. Und sie haben einen schönen Öl auf dem Glas. Smith schützt die Barsch. Er fährt sie zu Walker. Und hier ist Love von der Art. Ach, komm. Auch wieder richtig gut getroffen. Geht nicht rein. Wird nichts. Bam, du kannst nichts. Geht nicht rein. Daneben. Sag ich doch. Sag ich doch. Geht auch nicht rein. Geht auch nicht rein. Sag ich. Was sag ich? Nein. Ich wollte da nicht zum Korb ziehen. Nicht werfen. Egal, passt. 9 Punkte Führung. Führung und richtig gut MT-Punkte gesammelt. Ich glaube sogar 150 oder so im Dreh. Erste. Ich liebe den way der genoemn von der Open Fläden. Erste. Geht auch auf die Fast Break chances. Early on. Ich spreche mit euch, Greg. Ich meine, sie können gut gehen. Ich meine, sie können durchgehen. Und sie haben ein gutes Job auf der Lange zurückgefahren. In Transition. Oh. Wir haben Callie Stein. Collison ist da vorne. Curry. Und es ist Caron. Buss. Und es ist Co-Reint. Oh Mann. So, das ist die V in die Spiel. Sacramento. No clue. Wie hat er das einen Ballint gefangen hat. Oh, nur dich. Und das war nicht so, dass er ein Ballint war für Gr corro. Ich meine, Ah, ich hätte sogar zünden können eigentlich. Komm zu Hibbert, Postmove. Sag ich doch, sag ich doch. Mainz. Also wir sehen es, 161 MT-Punkte haben wir schon. Und es ist Bell und Elion für Darren Collison. Fallen allerdings beide etwas komisch rein. Nein. Wird nichts, wird nichts. Sag ich doch. Ich wollte es gerade sagen. Mit so viel Speed, ein Korbleger, das muss man schon drauf haben. Ja, natürlich. Und Cousins lacht. Aber ich habe gehört, Cousins sitzt die ganze Zeit draußen, weil er schon zwei Volkes hat. Also Cousins ist wieder drinnen. Und das Duell. Oh, dieses Mal funktioniert gar nichts. Wieder faul noch. Dass er reingeht. Das ist schlecht. Unserer. Ach, komm. Und jetzt kriegen wir ihn nicht mal. Hauen wir den Dank auf den Ring. Schon wieder, ja, der geht. Der geht nicht. Schön. Ich bin Thompson stark unterwegs heute. Ach nein. Jetzt habe ich die Übersicht verloren. Zu Cousins. Der zu Wiggins. So, jetzt war ich im Plan. Cousins kommt. Thompson. Ladies and gentlemen. Fünf von sieben. Thompson ist weg. Zwei oder drei. Schreien von deep here. Jetzt sagt er, mit Thompson kann ich es probieren. Die zwölf Jump Shots. Noch eine, dann haben wir schon die Hälfte. Erstes für die Spielzeit für Sacramento. Sacramento macht einige Veränderungen. Koufis hat für den Spiel. Rajan Rondo hat für Curry. Und Chicago macht auch einen Veränderung. Barnes hat für Thompson. Jetzt ist ungefähr drei Minuten weg. In der zweiten Quartal der Basketball. Cousins. Ah, geht zumindest nicht rein. Nummer eins. Fällt. Nummer zwei auch. Oh, yes. Es ist einfach so nice, wenn du so eine Dreierschütze drin hast. Und auch halt noch von deep. Es war so klar, dass da noch ein Pass kommt. Typisch Rondo. Unserer. Alter, was war das für ein Pass? Riggins. Riggins outside. Wall wide open. Ah. Also, weiß ich nicht. Bei Wall läuft es heute irgendwie nicht so. Komm, dranbleiben, 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 dranbleiben. Da, okay. Da kann ich mal Kassens was dagegen machen. Schön. Zählt das als Post-Move? Nee. Schade. Wie viele Mal haben wir eine Possession gesehen, wie sie von ihnen heute gesehen haben. Endlich mit einem Basketball, kommt aus einem schönen Pass. Dranbleiben. Dranbleiben. Geht nicht. Zeig ich doch. Rebound. So, zu Riggins. Alter, wenn das so... Na. Ich würde gerade sagen, wenn er so weit von mir wegsteht, warum nicht einfach mal probieren. Drauf. Na. Schönen Bosch. Auch eine starke Leistung heute. Insbesondere vom Downtown. Na. Ja, komm. Da brauche ich mir gar keine Hoffnung zu machen. Super. Genau das wollte ich nicht. Okay, und Wall greift einfach mal dazwischen, ne. Nummer eins. Fällt. Nummer zwei. Fällt auch. Aggressiv. Und nicht setzend. So, jetzt nochmal ganz ruhig Shotlock runter spielen. Das war so klar. Genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Tres Sekunden left. Block. So sieht's wohl aus. Und da kriegen wir ein fettes Grinzen von Kevin Love. Ja, läuft richtig gut. Also, da wird auch das berühmte zweite Viertel wahr. Flot. Flot. Der tut natürlich richtig gut. Oh. Okay, und der tut richtig weh. Komm, drück dich durch, Cousins. Jawoll. So will ich dich sehen, Cousins. Schöne Defens, Jungs. Hashtun. A slight rebound advantage for them. One more column in their favor. And it's all added up. Well, you take a look at all of the stats. The team stats that is. And that's one of the many areas that they've had the advantage. And as result, they've got a big lead. Hey, they got the shot they wanted off of that pick. Ja. Oh, genau nicht rein. Okay. Und nächstes Foul für Cousins. Zwei Freibürfe für Wiggins. Den ersten der neben. Bitte einmal Konzentration. Danke. Was? Cousins ist verletzt? Warum? Ey, Leute. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Das glaube ich jetzt nicht. Bei was bitte? Oh, ist das mies. Ich hoffe, irgendeine Verletzung wird dich auch eine Heilung am Start haben. Oh, Mann. Oh, Mann. Egal, jetzt nicht ablenken lassen davon. Da muss Cousins jetzt einfach noch durch. Ey, wo ist mein... Ich wollte gerade sagen. Geil. Schönes Ding. Wiggins, nice. Wird nichts. Sag ich doch. Schönen Fassbreak. Es ist... Und Punkte. Geht rein, ja. So. Jetzt muss ich mal langsam wieder mit Thompson treffen, sonst wird das nichts mit... Okay, der war sehr deep. Der war sehr deep. Oh, Mann. Ich kann mir das gar nicht angucken, die Verletzung hier vorne. Und Curry, here we go. Beginnt mit dem Block. Okay, Zeit jetzt für einen Injury-Report. Let's get an ein Update an Cousins. Doris, was ist das? Okay, jetzt habe ich es nicht wirklich gecheckt. Aber anscheinend, dass es nicht so schlimm war. Oder nicht so schlimm ist. Ich hoffe, es ist wirklich so. Der Mainz geht rein. Na gut, wir haben immer noch... Wir haben immer noch Hibbert. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier... Ohne gut ne... Damn, ohne guten Sender dastehen. Das war so klar. Aber ich habe ihn daneben. Schönes Ding. Oh, yes. Es ist immer schade, dass wenn es so schnell abläuft und die gerade am Quatschen sind, dass es gar nicht so wirklich realisiert wird, dass dann so ein fetter Dunk zustande kommt. Bleibt realistisch. Ja, das war... Walker ist jetzt auch nicht so der... absolute Top-Kandidat für Dreier. Ah, sein drittes Foul schon. Ah, jetzt kommt Hibbert rein. Also MT-Punkte-Mäßig brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Und das ist für mich ein guter Use der Timeout. Ich meine, wenn es etwas gibt, das sein Team einen Liff geben kann, und sogar. Schönes Ding. Einfach durchgelaufen. Mittlerweile gute Führung. Hat zwar noch nichts zu bedeuten, aber... Oh, ja. Kommt, für euch. Nein! Ich sage euch jetzt lieber nicht, was ich machen wollte. Rein theoretisch. Gibt es jetzt erstmal ein paar Blocks von Maxi. Kannst du dir auch selber ein Alley-Hoop stellen? Okay, der war nice. Der war nice. Very nice. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst natürlich auch den Balance-Brett klatschen und dann kommst du zurück. Eigentlich wollte ich das gerade machen mit Walker. Hat halt nicht funktioniert. Schade. Sehr gut getroffen. Da brauche ich mir keinen Vorwurf machen. Den habe ich echt genau auf die Linie gesetzt. Und den Bart holt ihn natürlich. Oh! Glück gehabt. Komm, ihr Bart. Nein, schade. Naja, aber wir haben so eine gute Führung. Das ist so eine empty... ... ... ... ... ... ... ... Nein! Jetzt geht der nicht durch. Und wieder unsere... Scheiße! Zurück, zurück, zurück. Und wieder... ... ... Was willst du machen? Was willst du machen? Komm schon, Cousins! Feiss! Wow, Stil ganz schön auffällt mir so gerade ein bisschen auf. Okay, der wäre hart gewesen von der entfernen. Oh, so fett auf den Kopf. Nein, ich krieg den Block von Wando. Oh mein Gott. Hat der ein Lack. Wando ist jetzt nicht gerade der Größte. Ja, Airball. 17 Punkte Führung, MT-Punkte haben wir definitiv jetzt schon genügend. Der tut wieder weh. Der tut weh. 19 Punkte Führung. Nein. Block. Aber dann nicht mehr. Das ist der Wall. Gegen Cousins. Schade. Ja. Auch Bosch kann sein New Moves natürlich. Geht nicht. Unserer. So. Unserer. Naja, jetzt hat er da noch Pech. Mann. Ja, der geht dieses Mal natürlich. Ich baue trotzdem immer noch auf dich, Cousins. Der war stark. Okay, der war stark. Ja, ich hoffe wirklich, dass er bloß irgendeine kleine Verletzung hat und auch eine, für die ich eine Heilung habe. Kemba Walker ist checked in for Chicago. Collison against Walker. Collison kicks to Bellinelli. KS Screen on Thompson. Ach, bitte. Wollte gerade sagen, das ist schon ein Verzweiflungswurf. Ne, mit Walker Dreier ist einfach, ist, ist nicht so das Wahre. Und Block. Scheiße. Was natürlich nice wäre, wenn wir Cousins nochmal bekommen. Weil dann könnte ich natürlich einen von beiden verkaufen. Ja, so geht es natürlich auch. Einfach mal durchgewasht. Komm, love. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist so heftig. Auch wenn der jetzt nicht reingeht. Woop. Wir rein in der Metz. Ja, wir werfen halt auch echt richtig gut. 19 Punkte der Führung. Scheiße, zu früh hochgesprungen. Ich wollte gerade sagen, ey, ihr braucht jetzt nicht anfangen, vorne zu attackieren. Wach 50 Sekunden und 17 Punkte. Alter, was ist mit ihm los? Jetzt kommt Hibbert. Ja, okay, oder auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Zurück. Noch einmal Defense. Das wird ja eh nichts. Oh, Mann. Okay, jetzt zieh noch einmal durch. Zack, rein damit. Ja, aber unsere Punkte reichen auf alle Fälle für alle drei Packs. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber Cousins verletzt. Das ist langweilig schon ein bisschen. Spieler of the Game. Ah, wieder Cousins. 793 Punkte wieder einmal. So, jetzt bitte Rudi Game oder Cousins. Alles andere würde mir nichts nützen. Zumindest nicht für meine aktuelle Aufstellung. Klar, mir fehlen bei den Kings auch noch irgendwie, was weiß ich. Fast alle Spieler. Aber jetzt momentan geht es ja echt erstmal so darum, um die Aufstellung aufzuwerten und Goldspieler abzusahnen. Denn dann müssen wir uns die nicht kaufen. Logo. Logo Pack. Vertrag plus drei. Logo der Kings. Und Schuhe. Trico Pack. Mal schauen, was da dran ist. Alternativ Jersey der Kings. Crazy Quick Free und Vertrag plus vier. Und wie immer das spannendste Pack. Komm schon. Was gut ist. Ah, Macklemore. Bringt uns gar nichts. Weil Shooting Guards haben wir Thompson drin. Und selbst unsere anderen Shooting Guards sind besser, die wir haben. Selbst die, die als Reserve reinkommen, haben wir glaube ich mehr als 73. Naja. Der Wunsch und der Wille war da. Jetzt muss ich noch gucken, was hier mit Cousins los ist. Oder war das eventuell sogar bloß für das Spiel? Er sieht nicht verletzt aus. Es gibt nämlich auch Verletzungen, die sind bloß für das Spiel selber. Ne. Also wir müssen ihn nicht teilen. Können ihn nicht teilen. Das heißt, alles in Ordnung. Glück gehabt. Da warst du es auch schon wieder mit einer Folge von NBA 2K16. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen da. Und durch... Gegen mich spielen wir das nächste Mal. Gegen die Trailblazers. Also, bis dann. Euer Max.